So, da sind wir hier bei Let's Play Eternal. Auf zu dem Gastro. Hey, da ist es. Bis wir etwas entdeckt haben, sollten wir erstmal hierbleiben. Falls wir mal rasten müssen, können wir ja zum Eilen zurückkehren. In Ordnung! Jetzt bin ich hier vollgeheilt. Gut. Speichern... Alter, ey, da kann man nicht heilen! Episch. Episch! Hm, war so ähnlich. Hm. Hier ist mein Heerkund. Hier ist mein Heerkund. Was in der Wand? In der Wasser? Ja. Fahm. Ah, Erik macht ja jetzt mehr Schaden Sektenanhänger, ah, ok Da unten, gut Tadam, tadaa So kann man sich jetzt immer jedes Mal wieder hier heilen Hey, schon, das steht ne Zeit Das hier wohl benäutet Na ja, mal gucken Heilkraut Ein Buch, das ich nicht lesen kann Hm Angriff Tadam, tadam So, der ist jetzt auch gleich down Da ich ja Hm 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 Tadam Tadam Hier können wir einmal im Kreis laufen Ah, da ist was 25 Goldmünzen Also hier weiter Oje Da vorne ist jemand Jemand ist gut Das sind so viele von uns Wir müssen die Wachen irgendwie umgehen Hm, wir haben wohl keine andere Wahl Die Wachen Heilen Speichern Was, wenn ich da jetzt einfach reinlaufe? Achso, genau der gleiche Text Spitzhacke Kann ich die mitnehmen? Hm Da ist ein Stein, wo kann ich den denn entschieben? Hm Mhm Hier ist mal ein Interesse Ah, hm. Auf kommt er in, hm. Hm, snack. Okay. So. Reicht aus? Hm, los. Okay. 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 Ich guck jetzt mal hier, was wir hier haben. Da vorne ist jemand. Da vorne sind wir so viele. Ja, das ist wieder der gleiche Text wie beim anderen Mal. Warte mal, Erik. Was ist denn? Psst, da kommt jemand. Ich will mir das nur so von den Untoten. Oh nein, weißt du, was das bedeutet? Was meinst du denn? Dieses Tunnelsystem hat bestimmt wieder seinen Ausgang. Die Untoten können überall unbewerbsauftragend angreifen. Du hast recht, und Walling ist gleich in der Nähe. Ja, ich denke, die Untoten können nicht die Stadt von unten anzureifen. Damit rechnet niemand. Nicht, wenn wir die Stadtwachebrechtheit informieren. Ich will jetzt trotzdem gucken, was wir hier haben. Da haben wir auch nichts. Auch nichts. Ich gehe aber erst mal den Weg wieder zurück, wo ich das Drehzüge gemacht habe. Hä, was ist hier? Ach so. Zack. Zack. Zitzen. So. So... Zack... Ja, da gehen wir gleich. Äh, bei mir ist mein Mann nicht. Ich mach mir jetzt auf den Weg zurück... ...zu Speicherpunkt. Und dann muss ich Karten nehmen. Mal erstmal gucken, was wir hier rechts haben. Noch... ...oben. Ja, hier war ja auch ein Weg. Feuerpool. Lässt alle gegen eine Flamme ausbrechen. Ah, gut. Und jetzt laufe ich zum Speicherpunkt zurück. Und mach einen Cut. Na, na, na. So. Heilen. Speichern. Da. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin dein M.K. Indiana Jones. Ich bin dein M.K. Ich bin dein M.K.